Vier neue Kameras und sechs Objektive in den letzten sieben Tagen. Aber keine Sorge, ich fasse euch alles zusammen, was ihr wissen müsst. Willkommen bei Fotografix News. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures liebsten Kameranews-Rückblicks hier auf YouTube und auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Diese Woche gibt es so viel zu besprechen, dass ich mich bei der Berührung mal kurz halte. Aber wir stehen immer noch kurz vor den tausend Abonnenten und letzte Woche hatte ich ja versprochen, beim Erreichen einen Kuchen zu backen. Und schon mal vielen Dank für die ganzen Einsendungen der Rezepte. Also, falls ihr noch nicht abonniert seid, holt das nach, denn Kuchenschulden sind schließlich Ehrenschulden. Und auch diese Folge wird natürlich unterstützt von Fotokoch, Eurom und unserem Partner für Fotografie und Videografie. Am 21. und 22. Juni gibt es bei Fotokoch die Fototage mit exklusiven Messerangeboten, Shootings und Workshops. Das Ganze gibt es wie immer vor Ort in Düsseldorf, als auch im Netz per Livestream. Besonders spannend finde ich persönlich aber die Fotowalks vor Ort in Düsseldorf. Bei denen kann man sicherlich wieder ganz, ganz viel lernen. Wollt ihr euch weiter informieren, dann folgt einfach dem Link in der Podcast- oder Videobeschreibung. Aber legen wir los mit Kameranummer 1 aus der letzten Woche, und zwar der Panasonic GH7. Im Netz hat die Kamera schon für viel Furore gesorgt und manche YouTuber sprechen sogar schon von einer Wiederbelebung des Micro Four Thirds Systems. Ist da was dran? War es überhaupt tot? Schauen wir uns die Kamera einmal genauer an. Auf den ersten Blick fällt auf, dass Panasonic beim Gehäuse viel von der Vorgänge übernimmt. Die GH7 verfügt über ein wasserfestes Gehäuse, obwohl es wieder einen aktiven Lüfter für eine effizientere Kühlung gibt. Erste Tests im Netz sprechen zudem von einem echt bequemen Griff und endlich gibt es zwei Aufnahmeknöpfe für Videos. Einmal an der Oberseite und einmal vorne. Ein sogenanntes Tally Light, also eine kleine LED, die angeht, wenn man Videos aufnimmt, gibt es vorne am Gehäuse ebenfalls. In Bezug auf die Fotofunktionen kann die neue GH7 ungefähr das, was die Panasonic G9 II kann. Da würde ich mich hier etwas stärker auf die Videofunktionen konzentrieren und schon einmal schätzen, dass die G9 II für Fotografen ohnehin die bessere Wahl ist, denn ein bisschen günstiger ist sie ja ebenfalls. Bei den Videofunktionen muss ich euch erst einmal ein bisschen mit Zahlen quälen, aber ich verspreche euch, es lohnt sich, denn die GH7 nimmt mit 5,7K bei 30 Bildern pro Sekunde auf. In C4K und 4K schafft sie dann 60 und mit bestimmten Einstellungen sogar 120 Bilder pro Sekunde. In 10 Bit und einer Farb unter Abtastung von 422. Full HD ist in 240 Bildern pro Sekunde möglich, ebenfalls mit 422 und 10 Bit. Jeweils könnt ihr dabei in ProRes RAW oder ProRes 422 HQ aufnehmen. Dabei ist es durchaus beeindruckend, dass die Kamera Apples ProRes RAW auch intern aufzeichnen kann. Dabei könnt ihr zudem auf CFexpress Typ B Karten oder auf SD UHS 2 Speicherkarten zurückgreifen. Open Gate Shooting, also die Aufnahme der vollen Sensorfläche, sind ebenfalls möglich und externes Recording von RAW Aufnahmen geht dann noch über den Full Size HDMI Ausgang. Für mal Sprecherplatz, falls die SD Karten nicht ausreichen, könnt ihr mit der Kamera auch zudem auf SSDs über USB-C aufnehmen. Recht logisch finde ich nach der Präsentation der Lumix S9 vor wenigen Wochen zudem, dass die GH7 auch kompatibel zu den neuen Realtime Luts ist, durch die ihr euren Videos direkt einen eigenen Stil in der Kamera verpassen könnt. Schön ist auch, dass Panasonic den Phasen-Autofokus zusammen mit etlichen Erkennungs- und Verfolgungsfunktionen für verschiedene Motive integriert. Zusammen mit dem Bildstabilisator, der bis zu 7,5 Blendenstufen ausgleichen kann, sollte sich dadurch ein echt unkomplizierter Workflow beim Film ergeben. Mit einem neuen Zubehörteil macht Panasonic das Gesamtpaket dann noch ein bisschen perfekter, denn es gibt einen neuen XLR-Adapter namens DMW-XLR2. Den packt ihr einfach oben auf den digitalen Blitzschuh drauf und der kann dann Audio in 32-Bit-Float-Format aufnehmen. Das Format kann man ein wenig mit RAW-Aufnahmen für Bild und Video vergleichen. Ihr braucht dabei das Tun-Signal also nicht im Vorfeld aussteuern und könnt nachher alles in der Nachbehaltung regeln. Was gibt's sonst noch zu sagen? Na gut, das Display lässt sich weder nach vorne ausklappen als auch nach oben und unten neigen. Der elektronische Sucher ist gleich geblieben und preislich liegt die neue Hybrid-Kamera bei 2200 Euro. Also Frage an euch, ist Micro Four Thirds wieder interessant geworden? Schreibt's mir in die Kommentare. Sigma hat vorgangene Woche dann auch endlich das 28-45mm f1.8 DG DN-Art für den E-Mount und für den L-Mount vorgestellt und im Grunde genommen hat sich alles bewahrheitet, was wir im Vorfeld vermutet hatten. So ist die neue Linse das bisher lichtstärkste Zoom-Objektiv fürs Vollformat und bietet so eine durchgehende 1.8er Offenblende über den gesamten Zoom-Bereich hinweg. Dieser ist mit 28-45mm zwar recht klein, theoretisch könnte das Objektiv aber dadurch zwei Festbrennweiten ersetzen, und zwar 35 und 50mm. Die 5mm am Ende wird man auf Fotos dann wahrscheinlich sowieso nicht sehen. Und man hat natürlich viel, viel mehr Zwischenstritte von 28-45mm. Gesoom wird erfreulicherweise intern, bedeutet, dass das Objektiv beim Zoom nicht länger wird. Die Länge bleibt also stets bei rund 15cm. Mit einem Gewicht von 960g ist das Objektiv aber zwar recht schwer, immerhin hat es Sigma aber geschafft, bei einem Gewicht von unter 1000g zu bleiben. Im Video von Peter Bixl auf YouTube gibt's dann zudem noch die Info, dass sich das Gewicht beim Zoom nicht allzu stark verschiebt. Gimbal-tauglich sollte das 28-5mm f1.8 damit also auch sein. Für Filme gibt's dann noch einen Blendenring mit Die-Klick-Funktion. Der Autofokus soll dank HLA-Autofokus-Linearmotoren ziemlich schnell sein und vor allem leise. Und einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1 zu 4 bei einer Naheinstellgrenze von 30 cm im gesamten Zoom-Bereich gibt es ebenfalls. Bokeh-Fans sollten sich zudem über 11 Blendenlamellen freuen. Auf YouTube habe ich euch dann auch einige offizielle Beispielbilder eingeblendet. Das neue Wetterfest-Objektiv ist dann mit einem Preis von 1499 Euro auch noch ein bisschen günstiger, als ich im Vorfeld vermutet hatte. In den Handel kommt's Ende Juni. Eine weitere Objektiv-Neuheit gab's dann auch noch bei Canon, denn der Hersteller hat endlich, sie haben's geschafft, endlich eine lichtstarke 35mm Festbrennweite für den RF-Mount vorgestellt. Das neue 35mm f1.4 L VCM, was das bedeutet, verrate ich euch gleich noch, markiert damit den Beginn einer neuen Serie von Hybrid-Festbrennweiten, die also sowohl fürs Fotografieren als auch fürs Film optimiert sind. VCM steht beim neuen Objektiv für Voice-Coil-Motor und dieser ist natürlich für das Bewegen der Linsenelemente beim Fokussieren zuständig. Canon packt aber wie gewohnt noch einen Ultraschallmotor mit ins Gehäuse. Zusammen sollen die dann für einen extrem schnellen, zuverlässigen und auch leisen Autofokus sorgen. Ein wichtiger Hinweis ist hierbei, dass der Voice-Coil-Motor ein schwaches Magnetfeld erzeugt. Menschen, die einen Herzschrittmacher nutzen, sollten die Nutzung also vorher mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin absprechen. Das Gewicht der neuen Festbrennweite beläuft sich auf 555g und die Maße von etwa 7,5 x 10cm sorgen für einen Filtergewinde von 67mm. Aber ihr könnt Filter sowohl vorne als auch hinten am Bayonet verwenden. Canon findet bei dem Objektiv zudem Platz für einen Fokusring und für einen Blendenring und der hat noch eine kleine Besonderheit, denn dieser funktioniert ausschließlich bei Videoaufnahmen. Canon schreibt hierzu, der Blendenring kann bei der Verwendung des Objektivs mit Kameras aus dem EOS R-System, die vor Mai 2024, also ungefähr dann, wenn das Objektiv vorgestellt wird, auf dem Markt kam, bei Fotoaufnahmen nicht zur Blendensteuerung genutzt werden. Klingt also fast so, als würde es bald noch mehr Kameras geben, die den Blendenring dann auch beim Fotografieren ausnutzen. Da bin ich also mal gespannt. Aber zum Schluss noch der Preis. Für das 35mm f1.4L zahlt dir 1.899 Euro. In den Handel kommt es im Juli. Für den Sony IMA und hat Tamron diese Woche noch ein weiteres Objektiv präsentiert, und zwar das 50-300mm f4.5-6.3di3VC-VXD. Sorry, bei dem Namen musste ich mal ganz kurz gucken, ob ich irgendwo gerade einen Dämon beschwört habe. Scherz beiseite, das neue Teleobjektiv von Tamron ist vor allem eins, überraschend kompakt. So ist es ungefähr gleich groß wie Tamrons bisheriges 70-300mm. Der Unterschied in der Länge liegt bei 2mm. Und so kommt das neue Objektiv auf eine Länge von exakt 15cm. Intern hat sich dabei aber wohl mehr getan, denn das Gewicht steigt von 545g auf 665g. Da das neue Objektiv aber die Standardbreite von 50mm jetzt auch mit abdeckt, kann es durchaus sinnvoll sein, ein bisschen mehr Gewicht im Fotorucksack zu haben. Eine hohe Vielseitigkeit ergibt sich zudem durch den maximalen Abbildungsmaßstab von 1 zu 2. Die Naheinstellgrenze liegt bei 15mm nämlich nur bei 22cm. Das ist wirklich ein Kauderwelsch manchmal bei Objektiven. Im Telebereich sieht es dann mit 90cm immer noch echt gut aus. Für einen zuverlässigen Autofokus setzt Tamron zudem wieder auf VXD-Linearmotoren. Wetterfest ist das neue Tamron auch und das Filtergewinde liegt bei 67mm. Dieses vielseitige Objektiv ist mit einem Preis von 919€ dann gar nicht mal so teuer. Gut gemacht, Tamron. Die restlichen Ankündigungen der Woche fasse ich mal etwas quittier zusammen. Vorab schauen einmal, falls ihr mehr lesen wollt, gibt es natürlich alle ausführlichen Artikel auf der Fotografics-Homepage. Okay, Pentax hat vergangene Woche noch zwei Kompaktkameras vorgestellt. Die WG8 und die WG1000. Beide Kameras sind super robust und auch wasserdicht. Als neues Topmodell für robuste Kompaktkameras schafft es die WG8 auf 20 Megapixel bei einem 1 zu 2,3 Zoll großen Sensor. Spannend finde ich hier die Platzierung einiger LEDs rund um das Objektiv für Makroaufnahmen. Die WG1000 löst mit maximal 16 Megapixeln auf und lässt sich als Besonderheit mit speziellen Lösungsmitteln wie etwa Ethanol desinfizieren. Eignet sich also auch für medizinische Zwecke. Wenn euch eine anfällt, gerne unten in die Kommentare. Preislich müsst ihr bei Interesse 480 Euro für die WG8 und 250 Euro für die WG1000 einplanen. Deutlich teurer geht es bei Canons neuer C400 zu, denn die neue Cine-Kamera geht für 8.599 Euro an den Start. Nach der R5C und der C70 ist die neue C400 dann die dritte Cinema-Kamera von Canon mit RF-Bayonet und bringt dabei einige echt spannende Features mit. Darunter, und jetzt wird es wieder ein bisschen kompliziert, ein neu entwickelter, rückseitig belichteter 6K-Stacked-Vollformat-CMOS-Sensor, der einen Dynamikumfang von 16 Blendestufen und Triple-Base-ISO mitbringt. Die Base-ISO-Werte liegen dabei bei 800, 3200 und bei 12800. Videos zeichnet sie maximal in 6K bei 60 Bildern pro Sekunde, 4K bei 120 und 2K bei 180 Bildern pro Sekunde auf. Eingebaute ND-Filter und Canons Dual Pixel CMOS Autofocus in der Version 2 sind ebenfalls mit dabei. Angesichts dessen, und da sind sich einige Videospezialisten im Netz einig, ist der Preis also gar nicht mal allzu hoch. Dazu hat Canon zudem ein neues Cine-Servo-Objektiv namens CN7X17 KAST vorgestellt. Hier will ich nur erwähnen, dass es den Preis nur auf Anfrage gibt. Manchmal bin ich bei solchen Infos dann doch froh, mich als Kind eher für Fotografie als für Videografie als Hobby entschieden zu haben. Und mit Fotografie soll es dann auch enden, denn TT Addison hat noch ein neues 250mm f5.6 Spiegellinsentele mit Donut-Bokeh vorgestellt. Samming hat deren 35-150mm f2-2.8 auch für den L-Mount herausgebraucht und mit dem Speedlight EL10 gibt es dann noch einen neuen Canon Blitz. Wie ein Silvesterknaller in einer chinesischen Nudelsuppe sprengt das an dieser Stelle den Rahmen. Aber ihr findet alles noch einmal ausführlich bei fotografixmagazin.de. An dieser Stelle ist also Schluss für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen und hören uns dann auch nächste Woche schon wieder. Also auf Wiederhören! Bis zum nächsten Mal!